Heute machen wir eine schöne Krabbensuppe mit frischen Führerkrabben, die gestern angelandet wurden vor dem großen Sturm. Heute Morgen haben wir die schon mit Hilfe meiner Mutter gepoolt. Das dauert ziemlich lange, so ein großer Topf. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob die um die halbe Welt gereist sind oder hier gepoolt sind. Und das sollte man sich auch nicht nehmen lassen, sich die mal zu holen am Hafen. Zum Hauptgang machen wir ein Rinderfilet von der Insel Föhr. Das ist jetzt nicht gut landet. Regional, frisch, herrliches Inselfleisch. Das sieht man, das schmeckt man und darüber freuen sich die Leute. Das Gründer war zu Rindfleisch und auch für ist man das am liebsten gestuft, als ich das in einer Sahnesauce. Super knackig Fisch, unten ist am eigenen Biogarten. Aber auch sonst wird es auch für viele Bauern ihre Produkte auf den Märkten verkaufen oder eben in den Hofläden. Ja, wo man sich mit Führerprodukten eindecken kann. Von Räucherfisch, Gemüse, Eier, Ziegenkäse, Schafskäse, Kuhmilchkäse. Von Landwirten, die nachhaltig arbeiten. Zum Rinderfilet, als Sättigungsbeilage machen wir Rosmarinkartoffeln. Auch da haben wir das Glück, dass wir die von Führer haben. Und das sind immer die besten. Das schmeckt man und da weiß man auch, wo sie herkommen. Typisches Führeressen mit Führerprodukten. ... ... U Vielen Dank.